Willkommen beim Mediale Energetik Treff und heute habe ich eine Meditation für dich, wo es um deine Bewegung geht, um einen Fluss der Energie, um ein Vorwärtskommen der Energie, um ein Aufladen deines Energiefeldes und deines Kraftfeldes, dass es wirklich meint, es ist deine Aura, es ist eine kraftvolle Aura, es ist voller Power und ist so zielgerichtet, ist so fokussiert, dass man eben sagt, okay, man kann gar nicht anders, als dass sich die Energie nach vorne bewegt, nach vorne rührt, dass man eben wirklich in den Fluss kommt und das schauen wir uns heute an. Und gut ist es immer bei der Energie, wir haben ja theoretisch unendlich viel Lebensenergie, aber in der Praxis schaut es oft so aus, dass wir uns verzetteln. Wir verzetteln uns in irgendetwas, in Kleinigkeiten, haben da eine energetische Tür offen, dort eine energetische Tür offen und so zerfließt dann diese Energie und am Ende fragt man sich dann oft, naja, wo ist die Zeit für mich, wo habe ich mich denn dann weiter bewegt, wo habe ich mich denn dann weiterentwickelt und heute schauen wir einfach mal, dass wir unsere Energie bündeln und dann natürlich auch in Bewegung kommen. Du kannst diese Meditation jetzt entweder in der Bewegung machen, also wenn du spazieren gehst, dann lass bitte die Augen offen oder eben du entspannst dich und setzt dich hin und machst das mental mit. Du kannst dich aber natürlich auch mit geschlossenen Augen dazu bewegen, wenn du Lust dazu hast, also kannst du dann auch aufstehen und einfach mal so Bewegungen durchführen, wenn du möchtest. Gut, dann schließ einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und heute geht es um dein Aktivieren und Bewusstmachen deiner Lebensenergie. Und wir machen das jetzt heute mal ganz sanft beim Herzen fest. Das heißt, leg einfach mal deine Hände an die Brust, wenn du möchtest und fühl mal deinen Herzschlag. Und wenn du das gerade nicht kannst, weil du eben unterwegs bist, dann stell dir mal dein schlagendes Herz vor und das Herz pumpt und versorgt dein ganzes System mit frischem Blut, mit Sauerstoff. Also da wird einfach wirklich das Leben, der Kreislauf des Lebens in dir am Laufen gehalten. Und nun erlaube dir mal, in die Energie einzutauchen, die hinter deinem Herzschlag steckt. Das, was dein Herz schlagen lässt, diese Lebensenergie, in diesen energetischen Fluss gehst du jetzt mit deinem Bewusstsein. Ich gehe jetzt zu der Energie, die mein Herz schlagen lässt. Und du kannst dir das vorstellen, das ist wie ein gelber Strom, wie ein goldgelber, leuchtender Strom oder Licht, wie ein Energiefluss. Und du erlaubst dir jetzt mal, eins mit dieser Lebensenergie zu werden. Und das funktioniert jetzt so, dass diese Energie wirklich von deinem Herzen golden ausstrahlt, in deine Arme, in deinen Kopf, über deine Wirbelsäule, runter in dein Becken, die Hüfte, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Füße und dann deine Nerven auch aktiviert. Also wirklich die Nervenbahnen, ganz fein, die werden aktiviert. Zack, 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 zack. Und auch deine Muskelfasern, die werden gedehnt, die werden kräftig, kriegen neue Spannkraft, dort wo sie verspannt sind. Öffnen sie sich und lösen sie sich. Alte Anspannung wird rausgelöst aus deinem System. Also dein ganzer Körper wird Energie, wird zu einem Energiefluss. Und in diesem Fließen spürst du auch, dass von überall her Energie in dich einströmt. Es gibt jetzt nichts, wo Energie abfließt, sondern es strömt nur Energie ein. Und die gibst du dann auch wieder ab, wenn du übervoll bist. Aber zuerst strömt mal so viel Energie ein, wie du brauchst, dass du quasi ganz erfüllt bist von dieser Lebensenergie, von dieser Bewegung, diesem Fluss des Lebens. Und erst wenn jede Faser, jede Zelle deines Daseins, deiner Existenz mit dieser Lebensenergie gefüllt ist, erst dann fließt du über, wie ein Gefäß, wo zu viel Wasser reinschließt. Und diese überschüssige Lebensenergie, die rinnt, die schießt aus dir raus. Die schießt durch dich hindurch. Die beseelt auch vor allem, du kannst dir vorstellen, dein Chakrensystem, dein Wurzelschakra, Nabelschakra, Solaplexus, Herz, Hals, Drittes Auge und Kronenchakra. Deine Nebenschakren, da schießt diese Energie richtig raus, weil du übervoll bist, nach hinten und nach vorne. Also du hast Freiraum, du bist eine Kaskade aus Lebensenergie. Also wirklich wie ein prächtiger Springbrunnen, so kannst du dir das vorstellen. Du bist energiesprühen, du versprühst richtig Energie. Und in dieser, in dieser aufgeladenen, in dieser Power merkst du auch, dass du dich ausreinigst, dass du dich entspannst und dass du Teil der Bewegung des Lebens bist. Und so wie dein Herz schlägt, so gibt es auch einen kosmischen Herzschlag, einen göttlichen Herzschlag, wenn du so möchtest. Und in diesem Herzschlag bewegst du dich. In diesem Rhythmus bewegst du dich. Und du bindest jetzt dein Energiefeld wieder zurück an den Herzschlag, den göttlichen Herzschlag, den göttlichen Puls, den göttlichen Impulsen. Und du kannst dich absolut in diesen Fluss einfügen. Du lässt los und tauchst tief in diesen Fluss ein und spürst, dass du nach vorne fließt. Dich nach vorne bewegst. Und du spürst, dass dieser göttliche Puls offensichtlich ein Ziel hat. Und dieses Ziel ist auch dein höchstes Ziel. Und dieses Ziel wird mit deinem freien Willen angesteuert oder nicht angesteuert. Aber du erlaubst dir heute mal, auf dieses göttliche Ziel, dich einzuschwingen, dich zu fokussieren. Ich fokussiere mich dahin, wo der göttliche Puls mich haben möchte. Und dieser göttliche Puls, dieser göttliche Herzschlag, setzt dich in Bewegung, setzt deine Lebensenergie, setzt jede Lebensenergie in Bewegung und du spürst, wie du deinen Körper bewegst, wie deine Lebensenergie aktiviert ist, wie du dich auf dein göttliches, höchstes Ziel zubewegst. Und dieses Ziel muss jetzt gar nicht konkret sein. Du kannst dir konkret etwas vorstellen, wenn du das möchtest. Aber grundsätzlich erlaube dir nur mal dieses Gefühl der Bewegung und der zielgerichteten Energie, der fokussierten Energie, einmal zu spüren. Wenn ich keinen Fokus habe, hat das Höchste, hat Gott, hat das höchste Licht einen Fokus für mich. Und ich vertraue diesem Puls, diesem Fokus, dieser Zielstrebigkeit. Und dieses Licht hebt mich aus meinem, aus meiner Lethargie, aus meinem Feststecken, aus meinen Hamsterrädern. Und diese Energie hebt mich höher und höher hinauf. Und in diesem Licht bewegst du dich jetzt. Du erlaubst dir jetzt dem Fokus, dem Ziel des Göttlichen zu folgen, dass dieser Fokus dich trägt. und in dieser Energie zieht es dich eben nach vorne auf dein Ziel zu. Du bist auf dem Weg, du bist fokussiert und du spürst, dass du unendlich viel Energie hast, dieses Ziel zu erreichen. Und spür jetzt nochmal so dieses fokussiert sein, spür diese Klarheit, diesen Fokus, dieses nach vorne fließen. und das was der Fokus macht mit dir ist, alles andere, alles Nebensächliche, alle Nebengeräusche, alles was nicht diesem Ziel entspricht, wird jetzt einfach zur Seite geräumt, geht weg und du wirst freier und klarer. Du bist energetisch befreit. Und du kannst jetzt eben diesen Fokus wahrnehmen noch einmal und das Fließen und dieses Unterwegs Sein und nun ist dein ganzes System auf diesen Fluss ausgelegt, auf diesen energetischen Fluss ausgelegt und jetzt erlaube dir in dein Leben zurück zu steigen, in deinen Herzschlag zurück zu steigen, der ja vom göttlichen Puls, vom göttlichen Herzschlag bewegt wird und und nun darum, dass dein Leben geschlichtet, geklärt wird, dass sich Dinge reinigen, die deinem Herzschlag widersprechen, die deiner Lebensenergie widersprechen, das jetzt andere Menschen sind, ob das Tätigkeiten sind, die dich ablenken von dem, was du eigentlich machen solltest, egal was es ist, es soll aufgehen, es soll weiter werden, auch jetzt in deinem irdenen Dasein, in deinem menschlichen Dasein, nicht nur auf der spirituellen Ebene und unnütze Energiefresser, Energiekosten, all das wird abgegeben, das reinigt sich aus und auch dein Leben hier auf Erden bekommt diesen positiven Fokus, überflüssige Nahrungsmittel, überflüssige, wie gesagt, Kostenfresser werden einfach jetzt gelöst, alles, was deine Lebensfreude beeinträchtigt oder dich zu sehr verausgabt, auf der Ebene der Lebensfreude wird gelöst und du wirst noch einmal erleichterter, redlicher, freier und freudvoller. Wunderbar. Atme mal tief ein und wieder aus und spüre, wie sich diese Bewegung erdet, wie diese Bewegung Teil von dir ist, wie du selbst beweglich bist, wie diese Lebensenergie, dieser göttliche Puls sich durch dich in dir manifestiert, in deinem Leben manifestiert und spüre jetzt mal, dass jedes Zentrum diesen positiven göttlichen Fokus übernimmt, dein Wurzelschakra übernimmt diesen göttlichen Fokus, dass du keine Energie mehr verschwendest, dein Nabelschakra übernimmt den Fokus, dass du nicht einfach dich für leichte Freuden, schnelles Glück, den einfachen Weg einfach so verschleuderst. Dein Solarplexus, dein soziales und emotionales Zentrum findet diesen Fokus, dass du deinen Umgang klar wählen kannst und gut aussortieren kannst, was passt für mich, was passt nicht für mich. Dein Herzchakra findet diesen Fokus, dass du dich auf das Wesentliche, dass dich und deine Eigenliebe dient, dass du dich auf das konzentrieren kannst. Dein Halschakra findet deinen Fokus, dass du die richtigen Worte findest, dass du überflüssige Worte weglässt und dass du in der Essenz so handelst und dich mitteilst, dass es deinem Licht entspricht. Dein Stirnchakra findet den Fokus, dass du deinen Visionen folgen kannst, deinen göttlichen Plan folgen kannst, dass du merkst, dass du aufgeladen wirst und dein Kronenchakra ist angebunden an den göttlichen Puls und hat auch nur das im Fokus und du spürst jetzt, dass du fokussiert bist, energetisiert bist und dass die Bewegung des Lebens Daseins, durch jede Faser deines Daseins, jeden Aspekt deines Daseins fließt und dass du durch diese Kraft einfach wieder weiter gehst und vor allem merkst, ich lasse jetzt alles Überflüssige weg und ich komme in meine Kraft und ich entfalte mich auf diesem Weg. Bedank dich jetzt mal bei deiner Lebensenergie und spüre wirklich so den Fluss dieser göttlichen Kraft in dir dieser unendlichen Kraft in dir und spüre einfach wie geborgen wie geliebt wie getragen du hier bist bedanke dich bei diesem höchsten Licht bei diesem göttlichen Puls und bedanke dich auch natürlich bei deinem Herzen deinem Körper deiner Lebensenergie und atme mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus bewege dich nochmal durch streck deinen Körper durch wenn du dich nicht bewegt hast und dann komm in deinem Tempo ins hier und jetzt in diese Zeit in diesen Raum zurück und wenn du dann wieder ganz angekommen bist dann öffnest du deine Augen kommst ganz ins hier und jetzt zurück und kannst dich an alles erinnern was während dieser Reise geschehen ist bedanke dich nochmal und komm dann in deinem Tempo ins hier und jetzt zurück wie ist es dir während dieser Meditation gegangen hast du gespürt fühlst du dich aufgeladen fühlst du dich energetisiert ich freue mich schon auf deine Kommentare schreib sie mir gerne rein auf deine Erfahrungen auch und ja ich hoffe du kannst diese Energie wieder spüren du kannst die Meditation natürlich auch immer wieder wiederholen dich wieder auftanken ist eine sehr sehr kraftvolle Übung da geht es darum Fokus aufs Wesentliche fokussieren und die Energie beginnt zu fließen ich wünsche dir alles Gute aus dem wunderschönen Lenz und vielleicht möchtest du mal tiefe in diese energetische Materie eintauchen dann schau einfach mal auf meine Homepage ich habe da viele Kurse ausgeschrieben Ausbildungen oder vielleicht auch hier am Kanal findest du was alles Liebe alles Liebe und bis nächstes mal tschüss bis 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 à bis bis Musik